Warte, ich gebe jetzt genauer Kommandos, okay? So. Einer geht jetzt an den Anker, aber noch nicht zu dünnen und natürlich noch nicht zu retten. Eui, eui. Ich brauche jetzt schon mal ein bisschen langsamer. Anker, das soll heute nie auch. Warte mal. Und jetzt, oder? Jetzt! Oh mein Gott, mach doch! Das war... Scheiß, Schiff, Mann! Fuck. Ist egal, wir brauchen davon eh nichts mehr. Ja, ich brauche jetzt nicht einfach. Ich brauche jetzt nicht mehr.